Heute dreht sich alles um den Budsurfer. Ich weiß, es ist für den einen oder anderen ein rotes Tuch, weil die Benutzeroberfläche in Englisch ist und auch die Bedienung nicht ganz einfach ist. Aber ich glaube, wenn ihr das Video gesehen habt, dann versteht ihr das Potenzial des Budsurfers und ihr könnt ihn dann auch in dem Sinne bedienen. Ich habe zu diesem Video jetzt die Installation mit reingepackt und auch wie wir ihn starten und erkläre euch auch das Layout. Und danach folgt dann in diesem Video noch die erste Funktion, die nennt sich ja OpenVis, also öffnen mit. Und ich habe dieses Skript für mich persönlich angepasst und das stelle ich euch auch so zur Verfügung. Ihr könnt euch dann die Erweiterung für das Skript in der Beschreibung runterladen und ich zeige euch auch in diesem Video, wie wir das dann abändern, damit ihr auch die volle Funktion, so wie ich sie nutzen kann, auch selber nutzen könnt. Ansonsten werden dann noch weitere Videos folgen von den anderen Funktionen und da hat auch das ein oder andere Video wieder einen Bonus mit drin, wo ich das Skript individuell angepasst habe. Ansonsten wäre es das jetzt gewesen. Mein Name ist Robert und herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Wie ich schon gesagt habe, es geht heute um den Bud-Surfer. Der Bud-Surfer wird nicht automatisch mit EDIOS 11 mit installiert, den müssen wir getrennt installieren. Bevor hier jetzt jemand mitmacht, muss ich eins vorweg geben. Ich zeige euch das jetzt anhand dessen, als wenn wir keinen Bud-Surfer installiert hätten und auch keinen Setup-Manager installiert hätten. Wenn der Setup-Manager schon vorhanden ist, dann sollte derjenige, der das mitmachen will, den runter deinstallieren, damit er denselben Schritten nachfolgen kann. Genauso, wenn einer schon den Bud-Surfer drin hat, dann kann er den auch getrost nochmal deinstallieren. Denn es ist so, die Sachen, die schon hinterlegt worden sind, gehen nicht verloren, weil ja der Ordner schon auf der Festplatte mit abgelegt ist mit den eigenen Einstellungen. Also da wird ja dann wirklich nur das Programm weggezogen, aber die Einstellungen nicht. Wir gehen auf die EDIOS.de-Seite und dann gehen wir hier oben rechts in die Suche rein, geben hier Bud ein und gehen auf die Suche. Dann können wir hier runter scrollen und hier müsste als erstes gleich Bud-Surfer auftauchen. Hier klicken wir hin. Jetzt sind wir auf der nächsten Seite. Die ist zwar englisch, aber das interessiert nicht, sondern es geht uns um das, dass hier unter dem ersten Video steht hier EDIOS 11 Setup-Manager Installer Beta. Den müssen wir herunterladen. Wenn der jetzt heruntergeladen ist, kann ich das Fenster hier schließen und ich führe den mit einem Doppelklick aus. Und jetzt muss ich das akzeptieren und danach gehe ich immer über den Button Next, bis das Ganze installiert wird. Jetzt gehe ich hier auf Finish und jetzt müsste der Setup-Manager noch einmal von alleine öffnen. Der überprüft jetzt, ob unser Programm aktuell ist. Und wir sehen, da hier nichts grau hinterlegt ist, können wir einfach den Haken setzen und sagen installieren. Jetzt schreibt er hier überall ein Skipit und jetzt ist es fertig installiert. Wir können jetzt Exit sagen. Jetzt gehen wir in die Windows-Leiste hier unten rein und geben ein Paneel. Und dann taucht hier das Bud-Surfer-Paneel auf. Hier klicken wir hin und jetzt kommt die Meldung aus diesem neuen Fenster, dass der Bud-Surfer noch nicht installiert ist. Hier klicken wir jetzt drauf. Der Setup-Manager macht jetzt ein zweites Mal auf und jetzt wird überprüft, ob der Bud-Surfer installiert ist und zeigt uns dann an, dass er noch fehlt und dass wir ihn installieren können. Jetzt sehen wir, hier ist es grau hinterlegt. Das wird jetzt installiert. Hier setzen wir den Haken und sagen installieren und jetzt wird der Bud-Surfer installiert. Und jetzt ist die Installation abgeschlossen. Wir können hier auf Exit gehen. Jetzt gehen wir noch ein zweites Mal in die Windows-Suchleiste und geben wieder Paneel ein. Jetzt macht das schwarze Fenster auf, das verschwindet. Und dann kommt das richtige Paneel für den Bud-Surfer. Meiner Meinung ist das Einfachste, den Bud-Surfer zu starten, damit wir ihn in Edeos nutzen können, dass wir über die Windows-Suchleiste gehen, klicken hier rein und schreiben Pannen rein. Das reicht meistens aus. Und dann taucht hier schon das App auf, Bud-Surfer-Paneel. Hier klicken wir drauf. Dann macht dieses kleine schwarze Fenster kurz auf und kurze Zeit später ist dann das Paneel des Bud-Surfer da. Und jetzt sind auch alle Funktionen hier in Edeos verfügbar und wir können hier mit diesen Funktionen, die wir hinterlegt haben, arbeiten. Wir kommen jetzt zum Bud-Surfer-Paneel im Layout. Standardmäßig sieht es so aus. Hier auf der linken Seite sehen wir jetzt unter Setup, das ist die erste Anzeige, sehen wir die ganzen Funktionen, die bei mir hinterlegt sind. Alles, was blau hinterlegt ist, ist auch aktiv in Edeos sofort verfügbar. Alles, was hier keinen Haken hat, ist zwar verfügbar, aber noch nicht in Edeos verfügbar. Ich zeige euch auch gleich, wie. Wir sehen jetzt hier oben dreimal Akustiker. Wenn ich jetzt auf einen Audio-Clip gehe, rechte Maustaste, dann sehen wir, dann habe ich jetzt hier die drei Funktionen zur Verfügung. Wenn ich die drei Haken wegnehme, dann sehen wir gleich in Echtzeit, klicke ich hier drauf und die drei Optionen sind wieder weg. Genauso ist es, wenn ich hier wieder reinklicke und die drei Optionen wieder einschalte, dann sind sie sofort wieder verfügbar. Das heißt also, ich kann mir hier Funktionen einbauen und kann die dann dementsprechend, ob ich sie brauche, anwählen oder abwählen. Und ich muss sie nicht gleich immer löschen. Dann bleiben wir jetzt gleich auf der Seite. Hier unter Name, wie schon gesagt, stehen die Funktionen oder beziehungsweise der Name des Programms, wie auch immer. Das kann man aber individuell selber anpassen. Dann haben wir hier den Place. Place bedeutet, hier steht zum Beispiel überall Bin, hier unten Timeline. Bei der Bin bedeutet es, die Funktion nur in der Bin aufgerufen werden kann, aber nicht in der Timeline. Und hier unten ist es genau andersrum. Diese Funktion kann nur in der Timeline aufgerufen werden, aber nicht in der Bin. Ich kann aber zum Beispiel eine so eine Funktion für beide machen. Das heißt dann, dann würde hier stehen Acoustica Convert Full und dann Place Bin und dann würde dasselbe nochmal drunter stehen Acoustica Convert Full Timeline. Also nur so nebenher. Dann bei dem Typ, da sehen wir jetzt steht zum Beispiel hier Audio. Das bedeutet, dass es sich bei diesen Funktionen um Funktionen für Audio Clips handelt. Egal, ob das jetzt Musik, Sprache oder Audio Effekte sind. Dann haben wir hier Delete File Permanently. Permanently, das bedeutet hier mit Default, das ist wie umbenannt, sonstiges, nicht kategorisiert und so weiter. Dann haben wir hier Still. Still bedeutet ein Standfoto, normales Bild, Grafik etc. Und dann haben wir noch, wie schon gesagt, Video. Dann gibt es als nächste Zeile hier noch das Submenü. Das Submenü ist auch ganz interessant, denn es zeigt an, ob hier ein Untermenü vorhanden ist. Wir sehen jetzt hier die Striche. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier auf meinen Audio Clip gehe, dann sehen wir, ich habe jetzt hier die drei Funktionen, aber hier rechts kommt kein weiteres Popup-Fenster, weil hier kein Menü hinterlegt ist. Anders sieht es aus, wenn ich jetzt hier runter gehe, zu Sprache, zu Text, dann kommt hier ein weiteres Popup-Fenster. Und das wird signalisiert durch Submenü, wie wir es hier auch sehen, Sprache zu Text. Dann haben wir hier oben die Möglichkeit, hier sind weitere Funktionen schon fest hinterlegt. Die sind aber nicht aktiv. Die müssen wir dann individuell erst aufrufen und dann für uns individuell anpassen. Hier rechts sehen wir immer, jene, nachdem welche Zeile wir hier anklicken, sehen wir hier das Skript, was hier hinterlegt ist. Hier ist zum Beispiel ein recht langes Skript und so weiter. Also das sieht man dann hier auf der rechten Seite. Dann gibt es hier die Logs. Hier steht dort, was alles gemacht worden ist, was ich jetzt hier alles gemacht habe in der Zeit. Und würde hier was rot auftauchen, dass Probleme auftauchen würden, würde das hier rot angezeigt werden. Also das ist vielleicht auch noch ganz hilfreich, dass man gleich sieht, was hat jetzt da nicht funktioniert. Advanced ist die Seite für die Nerds, also für die Programmierer selber, also für Leute, die wirklich Ahnung davon haben, wie man sowas programmiert. Ich selber habe das nicht wirklich und ich kann jetzt auch nicht ehrlich sagen, was diese fünf Button hier oben bedeuten. Also für Programmierer sind die wichtig. Ich persönlich kenne sie jetzt nicht. Allerdings, was ich weiß, ist hier steht jetzt Edit und hier sind meine Funktionen, die alle hier vorne unter Setup blau angehakt sind, sind jetzt hier angezeigt. Wenn ich einen Haken hier zum Beispiel wegnehme oder dazu tue, dann kann ich hier auf Reload gehen und dann aktualisiert er mir die Ansicht. Was aber hier interessant ist, nur dass ich es mal gesehen habe, wenn ich jetzt hier auf Explorer gehe, dann öffnet sich das Skript und hier unten kommt auch eine Standardbefehlsliste, wo dort steht, welcher Befehl, wenn ich den aufklicke, auch was der dann macht, also was dieser Befehl für ein Kommando ausführt. Die kann man aber nicht einfach so eins zu eins so verwenden. Also wie schon gesagt, das ist wirklich nur für Leute, die eine Ahnung davon haben, wie man sowas programmiert, aber damit ihr das einfach mal gesehen habt. Und dann gibt es noch den letzten Reiter hier oben, Online Help. Hier kommen wir wieder zum EDIOS 11 Setup Manager, zur Beta Version. Die wird irgendwann mal wegfallen und wird dann durch die normale Version des Setup Managers ersetzt, aber im Moment ist es noch nicht so. Deswegen gibt es das hier noch so und ich erkläre euch auch das so anhand dessen, so wie ich es jetzt hier mit der Installation gezeigt. Wir konzentrieren uns jetzt aber auf die erste Seite und wie ich es schon gesagt habe, die erste Seite ist eigentlich jetzt die wichtigste und in diesem Video geht es jetzt um die erste Funktion. Wir kommen jetzt zur ersten Funktion Öffnen mit. Da steht sogar dort Inklusive Bonus. Das ist dann eine erweiterte Funktion in diesem Skript. Aber jetzt schauen wir uns mal die Basisfunktion an, dass wir ein Fotobearbeitungsprogramm, zum Beispiel so wie ich es euch jetzt hier zeige, öffnen können über die BIN. Dazu brauchen wir den BUD-Server und wir gehen hier oben in das EDIUS-Menü rein und hier unter der zweiten Seile steht OpenWIS. Hier klicken wir rein, dann macht dieses kleine Fenster auf. Hier werde ich jetzt gefragt, um was es sich handelt, wie wir es schon vorhin mitbekommen haben. Wähle ich hier Still aus für ein Standfoto, Grafik etc. und sage, okay, dann macht der Windows Explorer auf. Allerdings ist es hier so bei dem Windows Explorer, ich muss jetzt hier unter meiner Systemfestplatte das Programm suchen, wo die Exit-Datei hinterlegt ist, die das Programm aufmacht. Und wenn jemand sagt, ja, ich kenne mich da nicht so aus oder man es nicht findet, manchmal sind sie sehr versteckt, dann habe ich einen Weg dazu. Es gibt mit Sicherheit 100 andere Wege. Mein Weg ist, dass wir uns einfach mal das Programm öffnen, mit dem wir arbeiten möchten. Also in meinem Fall hier Affinity Photo. Und jetzt ist das Programm offen und ich kann es auch gleich wieder klein machen und gehe jetzt in die Windows-Suchleiste, gebe ein Task und gehe in den Taskmanager. Jetzt werden hier oben meine Programme aufgelistet, die aktuell gerade geöffnet sind. Und unter anderem steht jetzt hier Affinity Photo. Wenn ich hier raufklicke, habe ich zwei Optionen. Man muss dann auswählen mit der rechten Maustaste und mal reinschauen, was hier in diesem Pop-Up-Fenster auftaucht. Und beim zweiten hier taucht bei mir jetzt auf Dateipfad öffnen. Hier klicke ich rein, jetzt macht der Explorer nochmal auf, aber ich bin jetzt bereits dort, wo ich hin muss. Wir sehen auch hier schon die Exit-Datei. Jetzt klicke ich hier oben rein. Jetzt ist es markiert. Mit STRG-C kopiere ich den Pfad und dann kann ich auch das Ganze schon wieder schließen. Ich schließe auch meinen Task-Manager und ich mache auch mein Fotobearbeitungsprogramm zu. Und dann klicke ich hier oben rein und füge meine Kopie ein und gehe auf Enter. Und jetzt bin ich in diesem Ordner, wo diese Exit-Datei ist. Die muss ich jetzt noch suchen. In meinem Fall ist die jetzt hier. Die klicke ich an, dass sie markiert ist und sage Öffnen. Und jetzt werde ich wieder gefragt, wo möchte ich mein Programm starten? Aus der BIN oder aus der Timeline? Ich bevorzuge immer die BIN. Deswegen lasse ich das auf der BIN und sage, okay, jetzt macht wieder ein Fenster auf und jetzt werde ich gefragt, so wie es hier mir vorgegeben wird, Open this Foto oder möchte ich einen eigenen Namen geben? Ich vergib jetzt mal einen eigenen Namen. Ich sage jetzt mal Fotos bearbeiten und speichern. Da können wir irgendeinen Namen reinschreiben. Dann gehe ich auch wieder auf OK und somit ist es jetzt hier hinterlegt, Fotos bearbeiten und speichern. Wenn ich hier hinklicke, dann sehen wir auch rechts schon das Standardscript und ich kann die Funktion bereits auswählen. Ich habe jetzt hier ein Testbild, rechte Maustaste drauf und dann steht hier schon Fotos bearbeiten und speichern. Hier klicke ich drauf und jetzt macht mein Fotobearbeitungsprogramm auf. Allerdings habe ich jetzt ein Problem. Wenn ich jetzt dieses Foto bearbeite und dann über Speichern hier abspeichere, dann ist es so, dass ich mir das Original, was hier in der BIN ist, was offiziell ja im Ordner hier liegt, zeige euch das gleich, hier liegt ja das Original und wenn ich das jetzt hier bearbeite und abspeichere, dann überschreibt er mir dieses Bild und das möchte ich halt nicht. Was ist, wenn ich jetzt da was falsch bearbeitet habe? Ich möchte es nochmal ändern, dann kann ich es nicht mehr, weil ich habe mir dann die Originaldatei überschrieben und deswegen habe ich mir da Gedanken gemacht, wie kann man das anders lösen, damit ich mir das Original nicht überschreibe. Und ich schließe jetzt hier alles nochmal und wir gehen nochmal in das Skript rein. Ich habe es auch in der Beschreibung unten verlinkt beziehungsweise mit reingesetzt. Ich habe jetzt hier mein Skript und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, ein Skript zu bearbeiten. Entweder gehen wir hier über Advanced, klicken hier einmal auf Reload, dass hier alles aktualisiert wird und dann habe ich hier Fotos bearbeiten und speichern. Wenn ich hier reinklicke, mache ich das Skript auf und ich kann es bearbeiten. Es gibt aber auch noch eine andere Lösung, indem ich hier einen Doppelklick drauf mache, dann macht im Normalfall der Editor auf und wir können auch hier das bearbeiten und speichern. Aber ich persönlich bevorzuge eigentlich das Advanced, aber wir müssen jetzt erstmal das Skript anpassen. Und ich habe das hier einmal vorgefertigt und zwar diese Befehlszeile hier findet ihr auch in der Beschreibung und die müsst ihr euch kopieren und geht in euer Skript rein, geht über Advanced, klicken hier auf Fotos bearbeiten und speichern oder wie ihr es halt benannt habt, dann ist das Skript offen. Hier klicken wir in die dritte Zeile, machen noch eine Leerzeile mit rein und fügen dann das Kopierte ein, dass es so aussieht und müssen das unten Save the Change abspeichern und somit ist jetzt das Skript bearbeitet. Dann kann ich hier zurückgehen und ich gehe hier auf Setup. Wenn wir jetzt hier reinklicken, sehen wir, jetzt habe ich diesen Text auch hier drinnen stehen. Und dieser Text bedeutet, dass wenn ich jetzt irgendein Foto öffne aus der Bin oder eine Grafik, dann erstellt der Budsurfer automatisch eine Kopie, benennt diese Kopie um mit Unterstrich BAT und das ist dann für ihn das Original und dann können wir in Anführungsstrichen das wirkliche Original bearbeiten und abspeichern. Aber wir haben ja vorher in dem Sinne eine Kopie davon erstellt, wie so eine Art Backup. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich klicke jetzt hier wieder drauf. Jetzt steht hier wieder Fotos bearbeiten und speichern. Ich öffne hier mein Fotobearbeitungsprogramm und jetzt seht ihr das hier. Und wenn ich jetzt hier den Explorer aufmache, dann sehen wir auch hier im Explorer, dass ich bereits eine zweite Datei habe. Testbild 2 ist die offizielle Original-Datei. Die wurde jetzt kopiert und mit Unterstrich BAT versehen und ist jetzt unser Original. Und diese hier wird jetzt bearbeitet. Die habe ich jetzt hier im Fotobearbeitungsprogramm. Ich mache jetzt das Ganze einfach mal hier als negativ und dann gehe ich über Datei und sage speichern. Wir gehen nicht über speichern unter, sondern wir gehen über speichern. Und dann taucht hier so ein Feld auf, reduziert speichern. Ich weiß nicht, ob das bei allen Fotobearbeitungsprogrammen oder so ist. Hier ist es auf jeden Fall so, dass er fragt, reduziert speichern. Und reduziert speichern bedeutet nicht, dass es in einer niedrigeren Qualität abgespeichert wird, sondern EDIUS ist ja ein Videoschnittprogramm und kann nur mit einer Fotoebene arbeiten. Das heißt, wenn wir hier rechts rüber schauen, habe ich hier zwei Ebenen. Und das kann man ja in EDIUS so nicht importieren. Und deswegen werden die zwei Ebenen zu einer zusammengefasst. Und das verbirgt sich hinter dem reduziert speichern. Er macht also aus mehreren Ebenen eine Ebene, damit er das dann abspeichern kann als Foto. Und jetzt sage ich hier speichern. Dann schließe ich das Ganze. Und jetzt sehen wir schon, hier in meinem Originalordner ist jetzt die Datei, die bearbeitete und hier habe ich mit Unterstrich BAT immer noch mein Original. Und auch hier in der BIN ist jetzt das aktualisiert worden. Und das Besondere an dieser Funktion, so wie ich es eingestellt habe, ist, wenn ich jetzt dieses Foto sage, es ist ja jetzt bereits bearbeitet, ich möchte hier das nochmal bearbeiten, dann macht er mir das Fotobearbeitungsprogramm auf. Allerdings, wir sehen, er erstellt nochmal eine Kopie. Das heißt also, jedes Mal, wenn ich über den Budsurfer ein neues Foto aufmache oder dasselbe immer wieder aufmache, dann zieht ihr das als Original an und legt in dem Sinne eine Sicherheitskopie an, damit wir also nicht das Original verlieren. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hergehen und sagen, ich mache das Ganze jetzt noch zweifarbig und sage wieder speichern, reduziert speichern. Dann kann ich wieder mein Fotobearbeitungsprogramm schließen und wir sehen, jetzt habe ich hier mein Originalbild. Die erste Bearbeitung nennt sich Testbild 2BAT-0 und hier habe ich jetzt das hier. Und das ist jetzt mein aktuell gearbeitetes und das müsste jetzt theoretisch hier aktualisiert werden. Und somit habe ich hier immer das Aktuelle. Würde ich jetzt zum Beispiel dieses Bild mir hier wieder reinziehen als Original und sage, wieder öffnen mit, bearbeite es jetzt einfach mal nicht, sondern ich speichere es jetzt einfach mal nur ab, als wie wenn es bearbeitet worden wäre. Hier habt ihr jetzt nicht gefragt, weil keine zweite Ebene vorhanden ist. Jetzt wird das auch schon aktualisiert. Allerdings habe ich jetzt hier eine zweite Version. Das heißt also Testbild 2-BAT und jetzt heißt es hier wieder Testbild 2-BAT-BAT. Das geht immer so weiter, weil ja wie schon gesagt der BAT-Surfer jetzt so eingestellt ist, dass er immer von dem Foto, was ich öffne, er immer davon ausgeht, das ist das Original und das muss ich erst einmal abspeichern, bevor ich dann zulasse, dass man das anderweitig bearbeiten kann. Also ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie verständlich erklärt. Das war es jetzt mit der ersten Funktion. Es werden noch weitere BAT-Surfer-Videos folgen, wo das ein oder andere Skript modifiziert ist. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao, euer Robert. Vielen Dank. Vielen Dank.